Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu All The Mods 3. Ja, willkommen zurück. Heute geht es um Draconic Evolutions bzw. um Evaked Draconium. Ja, ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt und wir werden noch eine ganze, ganze, ganze Menge davon brauchen. Und deswegen habe ich mir gedacht, um das Ganze natürlich auch noch folgentechnisch irgendwie unterzubringen, werde ich von Evaked Draconium uns folgendes herstellen. Und zwar nämlich die Essenzen, wovon wir dann Draconium Seeds brauchen. Das heißt also Mystical Agriculture werden wir jetzt mal für Draconium sozusagen benutzen. Und ja, die sind nicht ganz so einfach herzustellen. Dafür brauchen wir jetzt nochmal eine extra spezielle Essenz für. Eine Stufe sozusagen weiter, die Stufe Tier 6 an der Stelle. Und ja, die Crafting Seeds sind auch nicht ganz so schwer herzustellen, also die 6er jedenfalls. Aber die 5er, die 5er, die haben es in sich, denn die brauchen so schöne Growth Essence. Und ja, diese stellt man wie folgt her. Man braucht Fertilizer von Actionly Editions. Man braucht Fertilizer von Industrial Forgoing. Dann brauchen wir das schöne Flux, Python Grow oder Python Grow oder Pytho Grow von Thermal Foundation. Das ist im Prinzip, wo wir unsere Seeds mit verdoppelt haben. Bloß jetzt das gute Flux, beziehungsweise das, was mit Rich Slack sozusagen erzeugt wird. Nicht das, was mit Slack, sondern mit Rich Slack hier an der Stelle erzeugt wird. Dann brauchen wir Mana Powder von Botania. Und wir brauchen Royal Jelly von Forestry, um sozusagen ein einziges Grow Essence zu bekommen. Wir brauchen immer 2 pro Seed. Und ja, ich hätte ganz gerne 8 Stück hergestellt. Dementsprechend brauche ich davon 16 Stück. Und ja, das ist eine ganze Menge. Und wir werden sozusagen hierdurch auch ein bisschen geforst, noch in andere Bereiche uns so ein bisschen zu entwickeln. Zum einen Botania und Forestry, wo wir überhaupt noch überhaupt nichts gemacht haben. Und ich denke mal, das ist so zum Abschluss bestimmt. Also für, es werden natürlich alle Folgen werden. Aber wir werden uns da auf jeden Fall schon mal ein paar Folgen wieder mit aufhalten. Und ich denke mal, das ist ganz, ganz cool. Also ich denke mal, das kann man mal so machen. So, fangen wir einfach an. Und den Empowerer haben wir ja. Also bis zu dieser Stelle sind wir sozusagen schon mal gekommen. Ich würde sagen, wir bauen uns diese 16 Essenz. Bis dahin haben wir auch genügend, ähm, genügend andere Essenzen hier angesammelt. Zum einen aber auch halt, ähm, so Premium Essence. Und davon haben wir sowieso schon eine ganze Menge. Ähm, das ist schon gar nicht so verkehrt. Ne, aber mal ganz kurz nochmal. Und dann add Mystical Agriculture. 115 haben wir schon davon. Also da können wir eigentlich ganz gut schon von leben. Oh, wir haben ja sogar schon 5 Infernung-CZ da drin, die mittlerweile fertig sind. Wir haben auch noch 50 Growth Accelerator. Die haben wir in der letzten Folge, glaube ich, angestellt, ne? Wenn ich mich ganz recht entsinne. Die könnte ich als erstes schon mal kurz schnell aufbauen. Ähm, schwuppsdiwupps. Das geht eigentlich relativ zügig. Wenn wir unsere Buildingswund einfach mal eben schnell rausnehmen. Die ich wahrscheinlich nicht reingelegt habe. Wo habe ich denn meine... Ach, da ist sie. Diamondwund. Da ist ja keine Builderwund mehr. So, dann kann ich die einfach hier eben schnell zu Ende ziehen. Da sind die auch sozusagen fertig. Da gibt es dann nochmal einen Ticken mehr. Und schneller Essenz. Das können wir übrigens bei Draconium nicht machen. Ähm, die haben nämlich ihre eigenen... Ähm, ihre eigenen... Ähm, ja, ihre eigenen Growth Accelerators. Und die sind dann... Ja, doch so ein bisschen teurer, ne? So ein klein bisschen teurer. Kostet schon wieder gleich ein ganzes Herz. Kostet auch schon gleich draconium, supremium und ein Dragonheart. Also, ähm, ja, weiß ich noch nicht, ob die so... Ob die so interessant sind. Vielleicht später mal. Müssen wir mal gucken, wie viel Draconium wir denn da später auch draus rausbekommen. Gut. Nichtsdestotrotz. Ähm, ja, hoffe ich, dass wir das irgendwie hinbekommen. Wie gesagt, könnte ein bisschen Zeit kosten. Aber währenddessen spart sich auch das normale Draconium wieder an. Wir können definitiv später auch noch damit weiterarbeiten und damit weiter umwandeln. Keine Frage. Ähm, aber ich würde wie gesagt da sozusagen... Wenn wir hier schon mal so ein bisschen was haben, damit werden wir definitiv auch nicht die Chestplate hinbekommen. Weil wir erstmal im Prinzip hier die ganzen Crofters bauen müssen. Und so weiter und so fort. Also, ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, lasst uns lieber anfangen und nicht so viel reden. Sonstens werden wir hier definitiv nicht fertig werden. Ich könnte mal ganz kurz auf ATM wechseln, auf den ATM-Mod. Der übrigens auch verschiedene andere Sachen hier noch, ähm, bringt. Der uns zum Beispiel auch theoretisch, ähm, creative Sachen bauen kann. Ich glaube nachher hier mit diesem Core, also wie gesehen, diesen ganz schönen, äh, ganz schönen Emboddy-Teile. Ähm, ach, haben sie das auch abgeändert? Ne, den kann man immer noch hier rüber, hier rüber erstellen. Ähm, das wäre aber vielleicht, ähm, weil ja viele schon gesagt haben, die Dist ist ein bisschen immer, sie isst ein bisschen immer. Das wäre vielleicht theoretisch sogar gar nicht mal, ähm, so eine schlechte, so ein schlechtes Rezept hier vielleicht für gewesen. Äh, wie gesagt, es gibt glaube ich auch noch, ich glaube hier mit dem ATM-Star kann man das sehen, genau. Also der, der verbraucht hier auch einiges. Volle Mana-Tables und andere Sachen. Und damit kann man, glaube ich, genau creative, ähm, watering cans, Energiezellen und sonstige Sachen bauen. Ja, also die sind schon ziemlich, ziemlich, ziemlich overpowered. So ein Fluxcapacitor wäre schon ziemlich immer. Dadurch hätte man im Prinzip alle seine Strom-Items, die man in der Hotbar hat, wären dafür dauerhaft gefüllt, ohne dass der hier Energie verliert, beziehungsweise seine gesamte Rüstung, alles. Also das Ding wäre schon, da wäre man schon fast mit unverwundbar. Aber natürlich auch hier die creative RF-Sourcen sind natürlich ziemlich, ziemlich stark. Aber wie gesagt, damit kann man sich sozusagen dann theoretisch Upgrades bauen. Und ihr seht, es gibt fast für jeden Mod, gibt es halt die creative Sachen, die man sich dadurch bauen könnte. Aber wie gesagt, ist auch sehr, sehr teuer. Gut, nichtsdestotrotz, ach, ich habe mich schon wieder um Kopf und Kragen hier geredet, bauen wir erstmal so einen Komposter. Und der ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie ich gerade sehe. Davon kann ich mal, bauen wir mal acht Stück. Was soll's. Sind ja jetzt nicht so teuer. Und dafür brauchen wir hier Bio-Mesh. Und wie können wir, können wir Bio-Mesh nicht herstellen? Achso, ja, die kommen aus dem Komposter. Okay, alles klar. Aber was brauche ich im Komposter, um da irgendwas herzustellen? Canvas-Seed wird zu Bio-Mesh. Aber das ist nicht dasselbe. Bio-Mesh wird zu Fertilizer. Aber das ist aber was anderes, definitiv. Ich hätte jetzt gerne hergestellt, wie ich dieses hier herstellen kann. Das hier, das hätten wir ganz gerne gewusst. Says, The Komposter is used to make a Fertilizer from Bio-Mesh. Fertilizer acts just like a bone meal, but can be crafted in a... Ja, 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 okay, alles klar. Aber wir wollen ja immer wissen, was Bio-Mesh im Prinzip ist. Bio-Mesh can be crafted from any type of food item by putting any number of it together in a crafting grid with a knife. Oh, okay. Amount is Bio-Mesh. Alles klar. Okay, das heißt, wir brauchen hier von von Actually Editions. Ähm, nee, halt, stopp. Actually Editions brauchen wir halt so ein Knife. Das ist dieses hier. Das ist etwas Flint und Iron. Okay, dann bauen wir den mal. Und jetzt any food item. Ähm, wovon haben wir dann momentan food-technisch hier am meisten? Wir können mal oben gucken. Ähm, oh. Ich glaube, wir haben... Wir haben vergessen, Lecture hier mit reinzubauen, oder? Kann das sein? Das könnte ganz gut sein. Das wird hier gerade nämlich... Gerade hier gerade nämlich überhand. Ähm, perfekt. Dann muss ich das nachher noch mal ganz kurz mit einem Exporter hier kurz exportieren auf das System, dass die hier wieder alle reinwandern. Oh, 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 oh. Da hätten wir schon fast einen Fehler gemacht. Ähm, so. Aber dann kann ich einfach das Zeug auch hier nehmen. Das dürfte ja dann definitiv funktionieren. Oder funktioniert wahrscheinlich nur... Ah, es funktioniert wahrscheinlich nur Minecraft. Dann nehmen wir Kartoffeln. Was soll's? Kartoffeln funktionieren scheinbar auch nicht. Ah, das ist nur das Knife Blade. Ah, alles klar. Dann Knife Handle. Und dann wahrscheinlich die beiden zusammen. Ergeben das Knife. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Ist nur das Blade gewesen. Damit kann man natürlich nichts Großartiges machen, ohne das vernünftige Handle. Okay, Kartoffeln funktionieren. Lecture funktionieren auch. Und dann kriegen wir hier 16 Biomash raus. Die wir auch eigentlich komplett eigentlich bloß brauchen. An der Stelle, die wir dann zweimal umwandeln. Oder ich baue mir einfach nochmal 16 von denen. Weil die sind ja nicht so schwierig herzustellen. Beziehungsweise 8 von denen. Dann können wir die alle auf einmal herstellen. So, jetzt ist die Frage, wo bauen wir das hin? Hier hinten haben wir ja unseren Actually Editions Raum. Dann hätte ich gesagt, bauen wir die Komposter doch einfach mal ganz kurz hier auch hin. Beziehungsweise wartet. Die kommen hier später wieder weg. Also wie gesagt, das brauchen wir jetzt bloß einmal hier, um das hier fertig zu machen. So, reicht dann eine? Oh, ne, 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 ne. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich da 16 Biomash reingehauen. Oh, kriege ich das dann nicht wieder raus? Links, rechts, links, rechts. Scheinbar nicht. Reicht da eins drin? Scheinbar nicht. Oh, ich brauche da scheinbar eine ganze Menge von. Wow, okay. Scheinbar brauche ich da echt eine ganze Menge von. Ähm. Oh, wir hatten schon mal einen Knife gebaut. Wofür hatten wir das denn gebaut? Ich weiß es nicht. Wofür hatten wir das denn mal gebraucht? Bin mir da nicht so ganz so sicher. Okay, dann das heißt, ich baue mal ganz viel von dem Biomash-Zeug. So, dann werden wir die 63 nehmen und da da mal reinlegen. Mal gucken, wie viel da reinpasst. Wie viel wir rausbekommen? Okay, scheinbar braucht man 64. Das sieht ganz gut aus mit 64. Dann füllen wir die mal da überall komplett jetzt rein. Ich hoffe, ich habe genug gemacht. Scheinbar nicht. Drei brauche ich mehr. Und dann hoffe ich, dass ich das dann vernünftig irgendwie umwandte. Dann haben wir nämlich den ersten Schritt schon mal... Ne, drei brauche ich nicht, zwei. Den ersten Schritt zum Beispiel fertig gebaut. Okay. So, eins, zwei und drei. Wunderbar. Dann sollte sich das jetzt hier hoffentlich in geraumer Zeit mal umwandeln. Das haben wir geschafft. Dann als nächstes brauchen wir... Was brauchen wir da als nächstes? At ATM. Also wir haben den ersten Schritt haben wir jetzt fertig. Also Fertilizer sollte hier raus jetzt erstellt werden. Dann brauchen wir den Industrial Forgoing Fertilizer. Dafür brauchen wir den Sua Composter. Und den haben wir ja schon mal aufgesetzt. Das ist schon mal sehr gut. Den Komposter brauche ich dafür. Und Animal Sua brauche ich dafür. Und den Sound Muffler brauche ich definitiv dafür. Und da brauche ich noch ein paar Kühe. Die kann ich mir... Uh, jetzt weiß ich gar nicht. Vorher habe ich mal die ganzen Golden Lassos dann gelassen. Ähm, hier ist einer drin. Hätte definitiv auch mehr. Bin mir nur nicht sicher, wo ich die alle jetzt gelassen habe. Uh, wo hatten wir die ganzen Lassos dann bitte? Meine guten alten Lassos. Ich weiß gar nicht, wo sind die alle abgeblieben? Hier ist noch einer. Ups, ah, die kann man ja nicht stacken. Äh, ja, keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Irgendwo, irgendwo hin sind die verschwunden. Reichen mir erst mal zwei. Eigentlich hätte ich ganz gerne vier. Wisst ihr was? Ich stelle nochmal ganz kurz zwei her. Ah, ne, die brauchen... Äh, die brauchen Dings, ne? Die brauchen Erfahrung. Die können wir, glaube ich, nicht so herstellen, ne? Ne, die können wir hier raus so nicht herstellen. Ähm, haben wir sonst noch... Ah, ne, mir reichen zwei. Wisst ihr was, mir reichen jetzt erst mal zwei. Dann muss ich einmal kurz ein bisschen mehr laufen. Ähm, baue ich die jetzt hier hinten wieder auf? Unter der Farm? Ja, ich glaube, da können wir sie erst mal wieder hinstellen. Nur vorerst. Ich werde sie definitiv wahrscheinlich dann später mal wieder abbauen. Ähm, okay. Okay, das heißt, vielleicht reichen mir auch hier bloß zwei. Das muss ja jetzt nicht so, ähm, so ultra schnell laufen. Das reicht ja, wenn es einfach mal so ein bisschen nebenbei läuft. So, und dann brauche ich nochmal ganz kurz... Haben wir nochmal Glas oder so? Ähm, Glas. Haben wir auch eine ganze Menge. Sehr gut. Dann nehme ich das nochmal ganz kurz eben wieder hier. Bau das hier eben schnell mal kurz eben wieder hoch. So, und so. Muss mich dann hier unten nochmal ganz kurz eben lang graben, beziehungsweise hier eben ganz kurz den Sound-Muffler installieren, damit das hier nicht so laut wird. Dann brauchen wir definitiv auch gleich nochmal eben schnell... Ähm... Ja, was brauchen wir gleich nochmal? Hier Kabel, logischerweise. So, und zwar Fluid Ducts brauchen wir dann. Ähm, die haben wir aber definitiv hier noch drin. Ultimate Cables, äh, Gas Items, Fluids. Da haben wir so. Die hätte ich ganz gerne. So. Und die müssen wir dann... Da machen wir nochmal folgendes. Ich grabe mich nochmal ganz kurz eben schnell mit der Hand. Ich möchte jetzt nicht zu viel hier weggraben. Das geht auch relativ zügig hiermit. So, dann haben wir das hier soweit geschafft. Dann brauchen wir einmal ganz fix den Configurator. Dass wir hier... Ups, so natürlich nicht. Dass wir hier auch dann so natürlich nicht. Wieso... Wieso baut er den jetzt ab? Ich wollte doch den auf Output stellen. Ach, okay. Ich habe ihn, glaube ich, auf Ranch Mode. Kann das sein? Ich glaube, ich habe ihn auf Ranch Mode. Deswegen hat er ihn, glaube ich, abgebaut. Genau, korrekt. Alles klar. Gut, gut. Nichtsdestotrotz müssen wir hier nochmal einmal ganz kurz eben lang. Und die Fluids sozusagen hochholen. An der Stelle. Beziehungsweise da gleich nochmal ganz kurz eben wieder ein Erdblock. hinsetzen. So, soll auch ein bisschen halbwegs vernünftig aussehen. Hier komme ich jetzt gerade nicht mehr raus. Doch, komme ich. Okay. Wunderbar. Dann setzen wir hier noch ein Kabel hin. Da noch ein Kabel hin. Und hier oben drauf setzen wir dann den Komposter. So, da kommt dann Strom rein. Da kommt der Sewer rein. Und der macht uns dann den Fertilizer. Sehr schön. Okay. Das Ganze braucht jetzt nur noch erstmal kurz schnell Strom. Dass ich mir nicht mitgenommen habe. Okay. Macht nichts. Holte ich mir gleich nochmal. Also den Eingang muss ich definitiv auch nochmal etwas vergrößern an der Stelle. Beziehungsweise mal einen richtigen Eingang oder so hinsetzen. So. Da haben wir sie. Wireless Transmitter. Die hätte ich vielleicht vorher mitnehmen sollen. Die setze ich nochmal ganz kurz dahin. Glas und sonstige Sachen können hier auch rein. Ich lege das Aquate Draconium auch mal ins System mit rein. Wobei davon brauche ich bloß einen. Das Rest kann da auch wieder zurück. Sehr schön. Und hier. Ne, nicht hier. Sondern hier unten brauchen wir mal ganz kurz eben den mal auf Pause stellen. Brauchen wir mal ganz kurz eben einmal Kühe. Sehr gut. Und davon brauche ich zwei Stück. Eins und zwei. Kann ich hier wieder raus. Und ich kann hier das Ding wieder auf On machen. Gehe wieder zurück. Und dann haben wir schon das zweite. Beziehungsweise die zweite Sache am Laufen. Die uns dann im Prinzip den zweiten Fertilizer herstellt. So. Zum einen brauche ich hier wie gesagt das Zeug. Und dann einmal da eine Kuh rein. Und da eine Kuh rein. Und dann sollte es eigentlich hier so weit laufen, dass wir hier dann Fertilizer bekommen. Wie gesagt. Das kann ruhig ein bisschen länger dauern die zwei. Also die brauchen jetzt hier nicht dauerhaft drin sein. Beziehungsweise. Ja. Das brauche ich jetzt nicht mit 10 oder 20 Kühen da laufen. Sondern die zwei reichen da eigentlich vollkommen an der Stelle. Perfekt. Gut. Dann können wir uns jetzt weiter konzentrieren auf die nächsten Sachen. Beziehungsweise auf die nächste Stufe. Das wäre dann im Prinzip jetzt theoretisch entweder hier das Flachs. Pythogrow oder Pythogrow oder Rich Pythogrow und dafür brauchen wir Rich Slack. So. Was macht jetzt am meisten Sinn um Rich Slack herzustellen? Wir können entweder Cinnabar nutzen und dann irgendein Ohr. Da haben wir eine 75% Chance. Aber wir können, oh wir können zum Beispiel Soulcent mit Nether Quartz. Es gibt 25% und man kriegt einen ganzen Block auf Quartz. Cool. Das ist ja nicht ganz so schwierig. Eben kurz in den Nether laufen. Etwas Soulcent holen. Etwas Quartz holen. Und das einmal durchjagen lassen. Ha. Ja. Das ist doch easy. Easygoing. Würde ich behaupten. Gut. Würde ich sagen, machen wir schnell die Reise. Dann haben wir nämlich, dann haben wir schon drei Sachen fast fertig. Gut. Wups. Wups. Oh ja, übrigens meine ganzen Punkte habe ich mal ganz kurz löschen müssen, weil die waren ausgepackt, also von der Journey Map. Beziehungsweise, die sind glaube ich so weg gewesen, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Also irgendwas war auf jeden Fall mit der Journey Map. Die musste ich auch nochmal, da habe ich die auch mal komplett resettet. Und deswegen müssen wir hier jetzt theoretisch auch nochmal ganz kurz, ähm, machen wir ganz kurz Home. Mal ganz kurz eben safe. Ich finde nicht, dass ich mich irgendwie verlaufe und dann haben wir irgendwie nachher ein Problem und finde nicht mehr zurück. Sollte eigentlich nicht passieren, aber nichtsdestotrotz. Gut. Äh, bauen wir mal ganz kurz hier eben ein bisschen was ab. Ich glaube, so viel SoulSend haben wir eh nicht mehr. Deswegen kann ich mal einfach ganz kurz hier wieder was holen. 64 sollten da aber an der Stelle reichen. Wir haben eine 75% Chance. Wir brauchen 16. Das heißt, so ein bisschen was muss ich... Ah, verdammt. Wir brauchen dafür ja... Äh, wir bräuchten dafür Dings. Ähm... Okay, das klappt so nicht. Das hatte ich vergessen. Wir brauchen ja dafür, äh, sicktouch. Logischerweise. Können wir aber auch ganz einfach auf den Drill drauf zaubern. Dafür müsste ich mir nochmal ganz kurz eben gucken, was... das kostet und ob wir das so einfach herstellen können. Oder ob wir unten einfach sagen, äh... Wir machen das unten ein bisschen anders. Ein Augenblick. Ich schaue mal ganz kurz. Was kostet dann... Actually Editions. Was kostet denn hier vielleicht das Upgrade für Silk Touch? Real Silk Touch. Das kostet... Empowered Dars. Normale Diamond Crystals. Und ein Core. Okay, was kostet mich das hier? Das kostet mich ein Slime Ball. Lime Die. Ein Zeppling. Und Gras. Und das ist nicht ganz so schwierig, ne? Das ist nicht ganz so schwierig. Das kriege ich hin. Dann lasst mich das nochmal ganz kurz eben machen. Also wir wechseln jetzt einfach mal so ein bisschen hin und her. Die Mods croft ein bisschen was. Und kriegen das, denke ich mal, damit ganz gut hin. Lass mich mal ganz kurz eben schauen. Also wir brauchten auf jeden Fall Emeralds. Genau. Davon brauchen wir einen. Dann brauchen wir Diamonds. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben noch vier Empowered, aber keine normalen. Da mache ich auch bloß die vier Stück. Weil die brauchen wir auch nicht empowern. An der Stelle. Deswegen brauche ich da jetzt keinen Gesamten von. Wie gesagt, die brauchen muss einmal umgewandelt werden. Aber bei den Emeralds mache ich das jetzt mal einfach als Blockweise. Weil dann können wir ihn auch gleich als Blockweise verzaubern. So, wir brauchen Slime. Lime Die. Haben wir noch Lime Die? Lime Die haben wir. Perfekt. Davon brauche ich einen. Dann brauchen wir Slime. Davon haben wir noch die hier. Dann kann ich mal ganz kurz einen davon nehmen. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann brauchen wir einen Zeppling und etwas Gras. Gras haben wir nicht, aber Zepplings haben wir. Nehme ich mal ganz kurz einen von dort raus. Sehr schön. Und ich glaube, wir hatten hier hinten noch eine Holzschere drin. Haben wir. Sehr gut. Und dann fliegen wir einmal kurz raus. Und holen uns hier irgendwo mal ganz kurz eben. Etwas Gras. Sehr schön. Schere packe ich einfach mal mit dazu. Wer weiß, ob wir die nochmal brauchen. Gut. Dann können wir das Ganze hier empowern. Das sieht gut aus. Das sind 64. Ups. Ich glaube, ich habe mir schon zu viel Fertilizer gemacht. Okay. Macht aber nichts. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt überall 64 Fertilizer. Wow. Ja. So. Da kommt einmal das hin. Da kommt einmal das hin. Dann brauchen wir die drei noch. Eins. Zwei. Und drei. Und dann sollte der empowered werden. Sehr schön. Die vier hier hin. Das einmal umgewandelt. Also ich glaube, auch wenn man nochmal ein bisschen mehr herstellen möchte. Nachher an Seeds Fertilize technisch haben wir glaube ich hier jetzt genug. Denke ich einfach mal so. Es ist okay. Das kann man mal einfach so machen. An der Stelle. Wow. Hätte auch einer gereicht. Hätte auch mal einer gereicht. So. Wow. Wie viel Fertilizer haben wir dann hier mal. So. Die können wir theoretisch wieder aufsplitten. Dann haben wir neun von denen. Und dann kann ich mir so einen schönen Core jetzt denke ich mal bauen. Ich glaube auch noch so eine Coil. Den Fertilizer packe ich einfach mal hier mit dazu. Mal ganz kurz eben. 1024 Fertilizer. Oh ja. Kann man mal machen. Kann man einfach mal machen. Die Frage ist übrigens ob man den Fertilizer theoretisch in den. In den hier stecken kann. Hier in den. Ähm. Äh. Ne. Wo haben wir ihn denn? Mobslauter. Wir hatten doch mit den Surern hatten wir doch noch ein Dings gehabt. Ist es der hier? Ne. Das ist die Enchantment Factory. Ne. Wir hatten noch den. Sitzt ihr da oben noch drauf? Sitzt ihr da noch? Bin mir gar nicht mehr sicher ob wir den abgebaut haben aber ob er da noch sitzt. Ähm. Den Fertilizer den der hier stand. Wo haben wir den denn hingepackt? Wo ist der denn hingekommen? Irgendwo hatten wir den. Hier sitzt der definitiv auch nicht drin. Übersehe ich ihn gerade einfach nur? Äh. Fischer. Protein Reaktor. Irgendwie scheint er weggekommen zu sein. Ich bin mir nicht sicher wo er hingegangen ist. Okay. Müsst ihr mal ausprobieren. Weil das ist ja eigentlich relativ einfach mit Biomass. Ähm. Weil wir haben ja eigentlich eine ganze Menge. Ähm. Das sollte eigentlich relativ gut funktionieren. Das sollte eigentlich sehr ziemlich gut funktionieren. Muss ich mal ausprobieren. Ähm. Mache ich auch an der Stelle mal nachher. Und dann können wir das theoretisch vielleicht so machen. Dass wir da hinten statt den den Dingern da vielleicht das machen. Hm. Muss ich mal ausprobieren. Wie gesagt. Muss ich ausprobieren. Ähm. So. Wo war ich stehen geblieben? Ähm. Wir wollten Rich Slack herstellen. Deswegen wollten wir genau das Update herstellen. So. Mann. Ich wäre schon wieder fast durcheinander gewesen. Und zwar. Silk Touch. Dafür brauche ich definitiv einmal nochmal ganz kurz das hier. Das können wir sogar herstellen. Wunderbar. Und dann brauchen wir dann einmal diese Coil. Können wir auch herstellen. Wunderbar. Und dann einmal das Ding. Sehr gut. So. Dafür muss ich jetzt aber Fortune raus tun. Logischerweise. Und Silk Touch kann ich dafür reintun. Die beiden Upgrades lege ich mal hier hin. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz nach draußen. Beziehungsweise einmal kurz in den Neter. Und bauen wir uns jetzt nochmal eben schnell etwas ab. So. Das heißt. Wenn wir uns 32 besorgen sollten. Da dürfen wir eigentlich genügend Rich Slack haben. Besonders weil wir da eh glaube ich mehr rausbekommen. Damals nur eins von den Sachen die wir nachher brauchen. Das heißt ich baue mir jetzt ungefähr 32 Blöcke ab. An der Stelle. Einfach mal. Uh. Da ist wieder eine brennende Kuh. Die kann dann erstmal bleiben. So. Gucken wir mal ob wir hier eventuell noch ein bisschen. Ich glaube ich fliege den normalen Weg raus. Ansonsten komme ich gar nicht mehr. Gar nicht drauf klar wo ich hin muss. So. Fliegen wir einfach mal. Ist das? Das ist Iron Ore. Okay. Das brauche ich definitiv nicht. An der Stelle. So. Fliegen wir einfach hier raus. Da sollten wir eigentlich an den Wänden relativ genügend noch finden. Ja. Hier waren wir ja wirklich nicht großartig aktiv. Also. Wenn wir hier einfach mal irgendwo schauen. Sollten wir das irgendwie hinkriegen. Dass wir hier genau. Da zum Beispiel. Einfach mal reinhalten können. Und. Wir bekommen genügend raus. Ich habe mich gerade ein bisschen Angst gehabt. Weil. Da flogen gerade die ganzen Geister. Ein bisschen aufpassen. Ich glaube ich sollte mich auch besser. So hier so hinstellen. Das geht ein bisschen schneller. Wenn ich das Ganze im Stehen mache. Wenn ich das immer normal abbaue. Ich sollte auch wieder mal ganz kurz mein Dings aktivieren hier. So. Sehr schön. Dann fliegen die Sachen nämlich auch auf mich zu. Und nicht von mir weg. So. Da haben wir noch ein bisschen was. Da kann ich auch mal ganz kurz reinhalten. Sehr schön. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe 21. Wie gesagt. Ich wollte ungefähr. Ungefähr 32. 32. Irgendwo war ein Gast. Böse Gast. Böse Gast. Brauchen wir gerade nicht. Da würde man sie nicht brauchen. Früher haben wir sie immer stetig. Stetig gesucht. Aber. Jetzt brauchen wir sie gerade nicht. So. Und jetzt denkt man mit dem hier. Habe ich dann auch. Genügend hiervon. Dann kann ich mich wieder auf den Weg nach Hause machen. Seht ihr. Und da ist es ganz gut. Dass wir uns da einen Homepunkt angelegt haben. An der Stelle. Ansonsten hätte ich jetzt schon wieder gesagt. Hups. Wo muss ich überhaupt hin? Und ich glaube hier hatten wir. Hier hatten wir auch glaube ich noch. Irgendwo. Ja. Hier hatten wir auch definitiv noch einen. Noch einen Wegpunkt gehabt. Damit ich weiß. Wo ich hier durch musste. Da ist er. Vielleicht sollte ich den hier auch nochmal hinsetzen. Ähm. Ne. Nicht da. Sondern. Da. Einmal drauf drücken. Dann mache ich hier nochmal neu. Und hier schreiben wir mal. Portal. Oder so hin. Keine Ahnung. Ich glaube der war blau. An der Stelle. Perfekt. Wunderbar. Na zur Not hätte man sich auch locker. Kurz durchbauen können. Das hätte auch gepasst. So. Amme 33. Was soll's. Haben wir einen mehr als wir eigentlich bräuchten. Denke ich mal. Bei 75% Chance. Sollte das eigentlich. Fast. Klappen. Dass wir da 16 Stück rauskriegen. Wobei wir ja wie gesagt. Eigentlich gar nicht 16 Stück brauchen. Ähm. Ich denke mal. Es werden auch locker weniger reichen. Ähm. Und zwar. Soul Sand hätte ich ganz gerne. So. Wobei. Verbrauche ich auch das 32 logischerweise. Ne. Beziehungsweise 33 an der Stelle. Ähm. Das müsste ich mal in den Ofen. Beziehungsweise in den Crusher und so reinpacken. Weiß gar nicht. Funktioniert der es hier eigentlich auch. Einfach so. Ja. Funktioniert auch einfach so. Kann ich da einfach so mit zulegen. Perfekt. So. Wo haben wir denn den Induction Smelter? Da haben wir ihn. Dann einmal hier. Und einmal hier. Und dann dürfte das passen. Ne. Okay. Wir sehen jetzt nicht. Ob es jetzt hier passiert oder nicht passiert. Ich gehe mal einfach dabei. Und schaue mal jetzt hier in. im Slack. Vier. Fünf. Okay. Das sieht sehr gut aus an der Stelle. So. Jetzt können wir mal hier gucken. Und zwar brauchen wir das Zeug hier. Dafür brauchen wir das Zeug. Und dafür brauchen wir Nita. Beziehungsweise Sword Dust. Und ich dürfte auch genau. Cold Dust. Und. Ähm. Salpeter kriege ich sowieso schon 16 Stück raus. Also ich hätte bloß einen Ritzschleck gebraucht. An der Stelle. Ähm. Gut. Dann würde ich sagen. Brauche ich einmal Nita. Und einmal Cold Dust. Ähm. Wo haben wir denn? Cold. Pulverized Coal. Geht das auch? Cold Dust. Ist auch nochmal drin. Ähm. Nita. Haben wir auch noch drin. Okay. Alles noch so Überbleibsel wahrscheinlich. Können wir das. Äh. Ah. Das ist glaube ich Shark Cold Dust. Ne. Kann das sein? Ich glaube es war Shark Cold Dust. Stellen wir mal ganz kurz einen her. Ich glaube normalen Cold Dust konnte man dafür nicht benutzen an der Stelle. Genau. Korrekt. Dann haben wir 16 Stück davon. Und die müssen jetzt wiederum in den Infuser. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ah. Korrekt. Perfekt. Die gehen dann in den Infuser rein. Und die kommen jetzt hier oben im Prinzip raus. Ich hoffe die wandern da jetzt nicht nochmal wieder rein. Die 16 Stück. Perfekt. Perfekt. Dann haben wir das auch geschafft. Das heißt also. Das ist am machen. Hier haben wir eh. Buf. Tausende von. Die sind fertig. Das heißt. Wir müssen uns in den nächsten Folgen nur noch. Das heißt in Anführungszeichen nur noch um Royal Jelly und Mana Powder kümmern. Ich denke mal eins. Ich denke mal logisch wäre wenn wir mit den Bienen anfangen würden. Denn das wird definitiv ein bisschen länger dauern. Auch wenn wir hier Gendistry drauf haben. Ich denke mal Mana Powder ist nicht ganz so schlimm. Weil da brauchen wir bloß ein Mana Pool. Obwohl theoretisch wäre auch der nicht schlecht als erstes zu bauen. Weil der muss sich ja auch noch auffüllen. Ich meine das kostet zwar nicht so viel Mana das einmal hier umzuwandeln. Aber der muss sich ja auch noch auffüllen. Und ja. Vielleicht wäre der auch nicht ganz so verkehrt. Wenn wir den vorerst erstmal bauen. Gut. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Was wir jetzt in den nächsten Folgen hier noch machen werden. Davon habe ich die 16 Stück auch fertig. Wow. War doch heute eigentlich eine ertragreiche Folge. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann erst einmal. Ciao, ciao.